guten tag meine lieben freunde ich hoffe das video von gestern alias heute hat euch gefallen mit dem einen doch ziemlich langen bogencheck aber ich denke das ist ok so folgende sache ich habe gerade noch gesehen wir sind ja noch so ein kleines bisschen im cw und haben auch nicht mehr so viel zeit dort ich mache ein bisschen leiser wieder schön laut im letzten video gewesen das ging ja gar nicht so ja da bin ich wieder also ich mache angriff wieder und ich hoffe das klappt noch besser ihr seht jetzt ganz 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 anders aufgestellt halt wirklich immer mehr dunkle truppen noch mit bei zum klären der ganzen sache zum klären der gesamten base nicht nur einfach so am anfang und ich schaue jetzt halt wirklich dass ich wieder was schickes finde wenn das lange dauern sollte das gebe ich euch wieder raus klar und dann gucken wir was wir da abgerasen können dass wir da vielleicht wieder ein tuster machen aber ich glaube auch das ist dann so ein bisschen besser bis gleich so hier haben wir wieder einen ich meine hier rennen zwar noch schön die 22er queen rum aber die sollte mich nicht aufhalten können ich überlege gerade ob ich jetzt von oben komme oder direkt von der seite komme weil ich denke fast das ist cleverer hier durchzubrechen sonst hält diese queen sich hier so ewig hier dran auf denke ich ja ich denke mal ich werde von hier rein gehen nachteil jetzt natürlich auf jeden fall ich habe wirklich nur diese sechs heiler bei das heißt wenn da was anderes passiert 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 das halt und das war's man kann nicht nochmal nachsetzen klar ich habe jetzt auch den king nicht dabei von daher wäre das jetzt nicht weiter wild dafür brauche ich dann keine heiler ja die sind richtig gut gelaufen hier ja gut weiter geht's na da nicht hin das ist quark ja da lauft mal bitte hin da ist schön da ist warm da dürft ihr hin so komm 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 oh was hat der alle weggeballert gibt es denn so etwas na hier kommt schweine dann macht ihr mal hier aber ich will auch jetzt wie gesagt hier auch wieder nicht alle schweine wegballern und jetzt hier schnell clear aber das wird zu spät sein das ist leider zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät zu spät dann läuft die queen halt außen rum okay jetzt wird der feger hier rausgeballert sehr gut also schweine top das war eine richtig richtig nice aktion und jetzt können wir hier auch noch mit den anderen schweinchen ein bisschen kommen minions auch noch nebenbei das wäre schon mal schön die 50 prozent hier wieder ja das läuft hier richtig gut das läuft richtig richtig sahne so schade die queen hätte auch hier lang gehen können wäre gegangen so hier brauche ich mit den luckys nicht anfangen weil so raus wasten braucht man sie ja dann doch nicht wir haben aber noch fast zwei minuten und die queen natürlich noch im vollen leben logisch und von daher könnte die natürlich auch noch ein bisschen was ruppen Gucken wir mal ob sie jetzt hier so rein geht oder halt nicht um jetzt jetzt wird's spannend Bitte 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 ich glaube ich werde jetzt erst mal die luftabwehr freezen weil Die kriegt ja sonst hier die ganze zeit Eine vor der mütze ne nochmal Jetzt werden wir die hier mal die bogeys noch mal rausholen Ist natürlich schade dass jetzt meine beiden free spells weg sind Aber so ist das halt im leben eines kleinen gusos Zack da wollten wir das wollten wir sehen und ja genau schiebt noch kurz die Dame weg die so einen kleinen flügel da hat aber weg ist er aber ich meine 64 prozent wenigstens aber ich meine zwei pokys ist natürlich jetzt auch nicht der rupper wir haben aber wieder schön Ja den stern gemacht beziehungsweise den bonus Kassiert und jetzt konnte ich halt auch wieder zwei hintereinander machen also ich hatte das ja mit diesem Glitch probiert und es lag halt wirklich daran wie eben auch viele geschrieben haben da wollte ich mich auch noch mal zurückmelden vielen vielen dank Dafür dass es so viele ja positive rückmeldungen gab dass es wirklich hieß ja pass auf das ist so und so nicht du bist ja total dumm Sondern nee hier das macht man so und so das liegt da und daran wenn man halt also es ist ja immer nach 24 stunden Wenn man die challenge aber einen tag lang nicht gemacht hat dann könnte man die theoretisch zweimal hintereinander machen Daran liegt das einfach ich konnte ja jetzt auch zweimal im bonus hintereinander einsammeln also das hat geklappt so Machtvoll und wir gucken mal was wir in der schatzkammer haben genau da haben wir nämlich die 600k Und dann mache ich die auch noch scharf Und dann haben wir nämlich fast also ich werde jetzt diesen fehler nämlich nicht noch mal machen dass ich jetzt sage gut okay Ich könnte ja jetzt zum beispiel noch ein bisschen was einsammeln dass ich gerade so auf meine drei mille komme Und dann da stehe und nicht mehr skippen kann also ich brauche für skippen noch mehr als genug gold Definitiv bitte nie den fehler machen sonst habt ihr mal richtig schnell richtig richtig zeit verballert weil ihr dann halt eben natürlich Investieren müsst in gold beziehungsweise dass sie erstmal gold kriegt Jetzt gucken wir mal wie die truppen aussehen ja das sieht schon ganz nice aus wieder fast ein bisschen viel luckys So viel wollen wir gar nicht aber mit den schweinen hat mir jetzt beim angriff gefallen jetzt genug gequatscht von mir Ich gönne mir noch eine 10er mauer hier Und dann läuft das auf jeden fall so jetzt sind wir nämlich da jetzt wollt ihr doch auch wieder sehen wie weit ist denn der gusur The bing the bing Da 161 10er mauern läuft also auch bei mir und dann ist das okay so Kleinzweck Jo da kann man paar minions droppen Achso ich würde noch mal ganz kurz in cw gucken knappe kiste auf jeden fall hashtag ich liebe es knapp kurz und knapp Das ist gut finde ich also dass man halt wirklich nur in one star kassiert hat Hier haben wir vom Wartet mal ich muss mal gerade gucken Mein team ja genau da nee ja doch genau mein team da hat Und Jupp ne andersrum verteidigungen Hat vom siebten Ein 100er bekommen okay Passiert Kodi hat 100 Ja okay die unteren hier bloß hier wäre natürlich wirklich noch was wo die noch aufholen könnten Und Ich meine klar von der statistik her sieht es erstmal für uns grundsätzlich besser aus Aber Aber Das ist das selber später sagt man dann auch naja die hatten aber zwei angriffe mehr ja aber wenn die dann halt eben Was sich Einen stern mehr haben dann hat sich das ding auch gegessen also von daher immer schön angreifen leute immer schön angreifen Guck mal mein team Hier samiboy und du bist auch noch drinnen dann hau mal raus Und alexander ganz genau dasselbe Farid bang ist leider schon raus aber wie gesagt alexander und samiboy das wäre natürlich schon ganz nett wenn das noch klappen würde hier Weil sonst braucht man nicht im cw mitmachen ganz klare nummer wo ich muss hier noch meine heldin Zumindest ein bisschen in die richtung schieben und hier geben auch noch mal schub drauf Ansonsten die truppen selber wären schnell genug fertig weil man halt wirklich alle kaserne momentan im bauen hat und dann Passt das so jetzt gucken wir aber jetzt haben wir genug gequatscht hier im klaren Stahlwerker haben wir Daddel Dave Da haben wir Daddel Dave Level 73 also würde ich sagen Entweder Richtig richtig fett gemäxt sieben oder halt im achterbereich ich würde eher denken townhall 8 Schauen wir mal rein Yo townhall 8 Und ja wie ich gesagt habe also entweder so oder so und Im Achter bereich halt schon den king schon ein level höher als level sieben max auf jeden fall gas geben mit den magier türmen würde ich mal so sagen Minen werfe auf jeden fall die dabei hinkst du auch noch hinterher die sind noch nicht gemächt Naja was heißt Blödsinn da hinkst du hinterher also Das wäre auf jeden fall so die nächste sache guck mal hier da bist du halt auf 4 da hau auf jeden fall dann auf 6 hoch klar nach und nach klar Mit in verbindung wirklich mit den minen werfern hier hast ja schon angefangen das ist richtig cool ich muss mal gerade gucken ob ich sehe Hier woran du am arbeiten bist ja hier an der goldmine hier Guck bitte wartet mal ich schaue gerade mal Ob das das weiß ich gar nicht ob man das wirklich sieht wie viel bauhütten derjenige hat glaube ich aber eher nicht wäre aber eigentlich auch mal gar nicht so verkehrt Jut weil hier haben wir die beiden das ist immer so eine sache die brauchen natürlich auch zeit klar ist natürlich gut wenn man die halt am upgrade Ist da brauche man nicht drüber reden das ist natürlich super gut aber Man muss halt auch gucken dass man den def bereich natürlich hochkriegt ganz klar Ansonsten hier das dunkle eventuell ein bisschen zu sehr weit draußen aber ich finde es cool dass du den schon immerhin auf level 3 hast Das ist geil und in dem bereich auch Max wenn ich mich nicht zu sehr aus dem fenster linear müsste max sein Ansonsten armeelager sind schon Max richtig mit level 6 das passt auch Guck mal hier also in verbindung mit dem minenwerfer richtig gut soweit aber die zwei hintereinander hätte ich so nicht gestellt aber wenn du jetzt wiederum sagt doch das läuft Gerade richtig geil dann lasst hat natürlich so aber ansonsten hast du hier natürlich richtig Fett einzelschaden 4 nebeneinander Naja doch Lass probier so wenn das geht dann ist da toll die luft abwehren Eventuell aber du wirst hier bestimmt tesla haben deswegen wirst du sie so gestellt haben Ansonsten würde ich fast sagen sind die ganz bisschen zu dicht beieinander Die könnten die base im äußeren bereich noch ein bisschen mehr beschützen aber ansonsten Ist das okay hier die ja hier eben auch schon in den einzelnen compartments schön deine lager drinnen das passt auf jeden fall Und dann hast du eben die möglichkeit wenn du halt sagst naja gut okay ich will halt irgendwas Noch ein bisschen mehr sichern im meiden meisten fällen ist es natürlich das gold dann eventuell zu sagen gut okay ich pack In gold lager vielleicht noch mal eins mit rein zum beispiel So nee aber ansonsten passt das wie gesagt mauern ist okay für 73 finde ich Und mit dem king dass den auf sechs hast das wirst du auch merken dass der king halt wirklich Im bereich sechs dann auch schon ganz nett ist und Ja ist halt eben kostenlos was will man mehr ich meine alles was kostenlos ist darf man natürlich gerne mitnehmen auf jeden fall das war's dazu Ist wirklich dem level entsprechend kann man gar nicht meckern schön viel weihnachtsbäume hast am start So läuft das gutes ding Jetzt gucken wir uns den leon an im clan teamie oder teamie Besuchen wir den mal level 99 wird da townhall 9 sein ganz genau Und da ist auf jeden fall nachholbedarf bei den mauern auf jeden fall ganz klar hau die wirklich Klar ich verstehe das schon dann hier hier bist ja auch schon am am bauen halt so nach und nach Eventuell das ist aber auch Das ist heulen auf hohem niveau muss ich echt sagen das ist jetzt Bau doch ansonsten die sachen hier so wie du es hier hast hier hast ja auch schon townhall Townhall 8 genau level 8 mauern baue doch die die der base intern am dichtesten sind also hier die auch noch da noch und da dann noch und Die äußeren lässt erst mal noch auf 7 weil das ist nicht so weiter wild aber das in anführungsstrichen innere Finde ich ist dann ja am wichtigsten Hau die hier auch noch schön auf 9 dann bist du ganz gut dabei wie gesagt luftfeger meiner meinung nach 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 außen pusten lassen Das kann jeder anders sehen aber ich sehe dazu also ich meine klar hier macht hat schon sinn dass man die halt von den sachen weg pustet aber Was ist denn wenn der drache hier ist den juckt dieser feger gar nicht der sagt sich hey Leck um ihr jung ist mir total egal und der ist natürlich auch ganz schnell weg der ist mal so weit von schnell weg Seht da selber Deswegen Würde ich das anders bauen also den eventuell so in dem bereich hier so rein Dass der halt von dem halt weg pustet beziehungsweise alles alle einheiten von dem weg ballert weil es ist halt wirklich so ein luftfeger Wird unterschätzt der kann halt schon richtig gut was Ansonsten gucken wir mal Hier mit der luftabwehr gefällt mir gut die ist echt gut verteilt minenwerfer auch gut verteilt finde ich exposed dass das passt mit den helden und sowas das ist alles ganz nice drinne und Ist stimmig ist soweit Gut gelevelt die helden sind schön das passt 15 11 das ist in ordnung dass hier sagt mit den mauern auf jeden fall aufpassen und hier halt wirklich dann Den den zum schluss kommen aber man muss halt wirklich sagen guck mal Auch wenn die mauern noch nicht so krass und aber ich meine immerhin auf 99 dann schon halt so weit Def mäßig halt alles gemäxt guck mal wir haben luft luftabwehren komplett gemäxt wir haben den haben wir noch nicht gemäxt Und den erst recht nicht klar auf level 1 aber dass das passt schon also du hast ja halt gesagt okay kommen die mauern Sind erst mal nicht so wichtig aber wie gesagt die sollten jetzt auf jeden fall kommen und ich weiß sie kosten am meisten zeit Und es ist wirklich so wenn ihr euch das mal durchrechnet Upgrade auf minenwerfer level 7 ja was kostet das kostet nichts im gegensatz zu ich sage jetzt einfach mal 20 mauern Klar aber der minenwerfer den sieht man natürlich logisch die mauern Na ja das fällt gar nicht so auf ob die jetzt auf 8 oder auf 9 sind ja aber die kosten halt richtig viel und das Vergessenheit viele die sagen ja ich bin mext ich bin mext ja wo bist du mext am arsch oder was wie gesagt Man man darf diese diese konstellation oder dieses verhältnis von von dem gold Beziehungsweise auch teilweise ja elixier je nachdem darf man halt einfach nicht vergessen dass man halt sagt gut okay Ja das was halt wenig geld kostet oder was halt meine death ist das habe ich komplett gemäxt aber wie gesagt die mauern sind Teuer und ich meine ganz ehrlich will man dann mit dem townhall 11 Sage ich jetzt mal ganz krass mit siebener mauern dastehen die man nur mit gold leveln kann Und du kriegst aber gar kein loot mehr weil du halt auf townhall 9 Townhall 11 bist ist natürlich dann auch scheiße also von daher wirklich Allerhöchste zeit hau die mauern jetzt hoch und dann läuft das auch das soll es auch wieder gewesen sein ich muss mal gerade gucken Vielleicht können wir doch noch mal an angriff starten. Nee die queen ist noch am sleepen Dann geht das leider nicht und meine troops sind auch nicht fertig Achso gucken wir mal kurz ob wir hier Ja die haben natürlich schon haben die jetzt schon wieder neuen begonnen oder was Na was war die waldfee hier gucken wir mal rein meinen klaren und dann gucken wir mal in den kriegslok wir haben gewonnen Eben auch knapp auf jeden fall muss man jetzt einfach mal so sagen aber gewonnen ist gewonnen Aber ist natürlich wirklich schade für jemanden der drin ist der noch nicht rausgegangen ist und der dann keine angriffe macht Ja ist unnötig sowas auf jeden fall Jo das war's von mir ich hoffe es hat euch wieder gefallen war wieder ein bisschen länger das war's ciao Ciao ciao